Das jüngste Budget der Bundesregierung ist für viele Familien, belohnt das Kinderreiche, ein Schlag ins Gesicht. Unser oberster Landespapa ist deshalb sichtlich um Schadensbegrenzung bemüht und will mit einer Reihe praktischer Tipps das angeschlagene Image der regierenden Parteien korrigieren. So empfiehlt er allen Männern als Sofortmaßnahme einen Knopf in den Zipfel zu machen. Ein entsprechendes PDF mit genauen Anleitungen steht zum Download bereit. Weiters können kinderreiche Familien ihre Kids jederzeit bei freier Kost und Logis in der Landesregierung abgeben, um die bekannt müden und überarbeiteten Beamten bei ihrem Tun zu unterstützen. Rundftigen Vorarlberger Männchen, die bereits zwei Kinder gezeugt haben, rät er als präventive Transparenzmaßnahme gegenüber interessierten Weibchen eine strenge Kennzeichnungspflicht. Also weischt, so ein Blödsinn! Zwei Wochen später sind denn die ganzen Männer auf der Notaufnahme, um sich der Knopf wieder wegmachen zu lassen. Zwei Wochen später sind die ganze Zeit. Zwei Wochen später sind die ganze Zeit.